Also ich mixe euch heute den Nordisch by Nature, ein Drink von unserer aktuellen Karte. Und zwar nehme ich dafür rote Trauben, Ginsul, Linia Aquavit, Agavendicksaft und Zitronensaft. Das Glas wird mit einem Salzrand versehen, quasi so ein bisschen die nordische Margarita. Das Ganze wird geshakt und dann doppelt in die Kuppette abgeseiht.